Ihr habt Nahrung, okay. Und ihr hängt alle fest. Es wird es nicht befeindet, oder? Nein, es ist neutral. Oh, und ihr Titan-Panzer aus der Wolfsgrube hier oben. Können wir auch holen. Warum nicht? Erstmal für Lunaville. Den Sumpf da lassen wir erst mal. Also hier oben ist nichts außer dem Sumpf und der Wolfsgrube. Was ist hier oben? Oh, hier sind mehrere Höhlen. Das war es aber auch schon. Hm. Are we going to fight or what? Yoho! Are we going to fight or what? Tear them to pieces. So, Steine haben wir jetzt auch hier eine Menge aufgehoben. So, wir ziehen uns erst mal zurück. Wobei, wir gehen hierher. Wir gehen jetzt nach Svirs. Yoho! Lassen die Milizkarawane hier in Ruhe. Kill them all! Wobei, die Bauern können wir töten. We are under attack. Are we going to fight or what? Vrrr! Yoho! Yoho! Vrrr! Vrrr! Soja, wenn wir Svirs irgendwann platt machen müssen, dürfte das kein so großes Problem sein. Der verfluchte Gruft. Mal wieder eine. Hm. Yoho! So, das hat uns jede Menge Gold eingebracht. Ja, und wenn ich mir die Aufträge so ansiehe, sind es weniger geworden. Gutes Stück weniger. Oh, wobei, wenn wir hier sind. Gut, dann müssen wir das verfluchte Haus zerstören. Aber jetzt mal gucken. Habt ihr neue Aufträge für uns? Feuerball aus Bärenlager. Okay. Ihr habt nichts Neues für uns. At last. At last. Yoho! We'll share the trophies. Äh, vorsichtig sein hier. Okay, der hat ziemlich was abgekriegt von so vielen Wehrwölfen. Es war klar, dass der dann drauf geht. We'll share the trophies. Kill them all. Rrrr! Rrrr! Aber ja, so macht das mal wieder wirklich Spaß, wenn man eine Armee hat, die man beständig hat, sag ich mal, und die man aufleveln kann und alles. Das Aufleveln dauert ja auch in diesem Teil um einiges länger. Okay, so viele große Walks sind dann doch ungesund. Geh mal bei wenigstens auch wieder Erfahrungspunkt, ja? So, jetzt gehen wir hier nach Lunaville zurück, um ihnen den Panzer zu geben. Und dann gehen wir hier hoch und machen hier den Bereich fertig. Rrrr! Yoho! At last. Ja. Den Plan finde ich gut. Und? Und? What are we going to do? At last. At last. Lunaville bittet um Hilfe. Oh. Gut. Dann kümmern wir uns jetzt doch erstmal um das da drüben. Feuerball vom Bärenlager, Monsterhöhle, mhm. At last. Are we going to fight or what? Weil hier ist wieder eine Grabstätte mit Akolyten und ein Friedhof mit ein paar Skeletten und Zombies. Joho! 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 Gehen die Elfen jetzt zum Angriff über gegen die Menschen? Sieht fast danach aus. Ja, da wurden Baumwächter angegriffen. We share the trophies. Are we going to fight or what? Lunaville macht mir ein Angebot. Huh? Auch nicht schlecht. Huh? Auch nicht schlecht. Und? Okay. Jetzt wird's wieder ärgerlicher. abonnieren. Au. 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 Ja, ich gehe jetzt. At last. Hm. Du denkst, das ist schlecht? Jetzt was? Und? So wissen. Hm? Oh, wenn nicht uns. Ja. Ich gehe. Ja. Jetzt was? Und? Ich gehe. Wir werden diese Stadt? Du denkst, das ist schlecht? Wir werden oder was? Joho! So, jetzt gehen wir nun nach Lunarville zurück. Äh... Städte. Habt ihr was Neues für mich? Das wird, das braucht noch ein Schwert. Okay. Wir müssen auf jeden Fall wieder Ressourcen loswerden. Am besten hier in Lunar... Luanville. Ich sag immer Lunarville, aber es Luanville. Ja, hier unten müssen wir nur Sachen vernichten, was gut ist, und Guerillas zusammentrommeln. Also, es ist gut, dass die Quests nicht abgreißen. So, aktualisieren können wir hier nichts, aber Holz verkaufen. Und den Wolf bestimmt erhalten wir wieder. Und... ...can't go on without us? Us? So... What are we going to do? Me? Who if not us? Us? Are we going to raid this village? What are we going to do? Und seht, der Schamane kann seine Nahrung auch mal abstoßen, so. Are we going to raid this village? What are we going to do? Gut. Are we going to fight or what? Zvirs... Zvirs... Lunarville... Monsterhöhle vernichten... Okay. Das hier sieht schon vernichtet aus. Okay, hier sind ja zwei Wolfsgruben nebeneinander. Und ein Bärenlager. Mhm. Mhm. Aber ja, was auch immer das war, ist vernichtet. Ich weiß gar gar nicht, ob ich es selber vernichtet habe oder nicht. Hier oben sind noch Höhlen. Ah ja, das war eine Wolfsgrube mal. Höhlen. At last. Und ja, hier oben ist ein... Genau, ein weiter Schrein. In der großen Monsterhöhle davor, die wir vernichten sollen. Kann man mir aber irgendwie nicht vorstellen, dass die großen Monster, die ständig, äh... Alcraf angreifen, wirklich von da oben kommen. Und hi, hier ist viel Zeug. Bottin one, die hier sind... Fehlen. Hol sie zu Piste. Meine Kräften sind auf und gleich 맛있어요! Bööö... Jo-ho! Ha rondle je alle! Meine Kräfte sind auf und gleich staged Prisoner dro passé. Okay, hier haben wir... Viele Wölfe.